Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com, Bernd hier und in diesem Video geht es um das Thema, was wir vor fünf Tagen begonnen haben und zwar Wasserstress, Wassermangel bei Pflanzen, wie sich die Pflanzen bei diesem Thema verhalten und vor allem was dabei dann herauskommt, wenn nach längerer Zeit ohne Wasserzugabe die Pflanze endlich wieder Wasser bekommt. Und da wir ja drei Pflanzen haben, wie lange es bei der Pflanze gut geht, dass sie ohne Wasser klarkommt und wie lange sie dann eben, wenn sie noch so gut klarkommt damit, dann wie sie sich wieder zurückentwickelt in den Normalzustand, wenn sie dann wieder Wasser aufgezogen hat. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem jetzt demnächst, wenn dann auch die Urlaubszeit kommt und ihr in den Urlaub geht und euch Sorgen macht, ob die Pflanzen gegossen werden müssen oder nicht. Hier haben wir die Sonnenblumen, das ist die zweite Sonnenblume, die im ersten Video 694 Gramm auf die Waage brachte. Sie zeigt auch schon die ersten Dehydrationserscheinungen. Die Blätter hängen runter, sind schon sehr, sehr schlapp. Und deswegen fangen wir doch einfach mal mit der Nummer zwei an und wiegen diese. Ich habe hier wieder die ganz normale Küchenwaage, wie ich sie auch beim letzten Video hatte. Muss ich erst einmal einschalten. Jetzt muss ich null kalibrieren und dann stelle ich sie auf die Waage. Wow, 379 Gramm. 379 Gramm. Das heißt, wir sind jetzt schon 320 Gramm unter dem Gewicht, unter dem Ausgangsgewicht. Kommen wir zur nächsten Pflanze. Diese schlappt schon deutlich mehr. Das ist die erste Pflanze, die hatte ein Gewicht von 669 Gramm. Und jetzt wiegen wir diese. Die hat also ziemlich genau 300 Gramm an Gewicht verloren. Kommen wir zur Nummer drei. Auch die zeigt deutliche Anzeichen, dass sie Wassermangel hat. Beziehungsweise gerne ein bisschen Wasser hätte. Bekommt sie aber nicht und sie ist schon dabei, die Blüte zu öffnen. Wer nicht weiß, wie eine Sonnenblume blüht, so blüht sie. Und auch diese messen wir jetzt einfach mal vom Gewicht. Die hatte ein Ausgangsgewicht von 726 Gramm und liegt jetzt bei 422 Gramm. 422 Gramm. Bedeutet, im Schnitt haben alle Pflanzen ziemlich genau 300 Gramm an Gewicht verloren. Beziehungsweise an Wasser verloren, das eben aus dem Substrat gezogen wurde. Und dementsprechend der Pflanze so im Substrat nicht mehr vorkommt. Das Substrat fühlt sich auch langsam noch, also noch fühlt es sich feucht an, aber deutlich trockener. Bedeutet, die Pflanze hat im Substrat noch einen gewissen Anteil an Wasser. Bedeutet das auch, dass sie die nächsten Tage durchaus noch problemlos überleben wird. Wir schauen, wie lange das geht und wie weit wir das eben, wie gesagt, schon treiben können, dass es ihr dann nicht mehr ganz so gut geht. Ist ein bisschen brutal, wenn man es bedenkt, aber es soll ja ein Beispiel für euch sein, wie lange Pflanzen ohne Wasser klarkommen. Und, dass es auf jeden Fall gewährleistet ist, dass eine Pflanze mit Sicherheit weniger daran eingeht, dass sie zu wenig Wasser hat, als dass sie daran eingeht, dass sie zu viel Wasser hat. Und es geht ja hier im Vergleich auch darum, dass man eine Pflanze durchaus mal trocken kultivieren, führen kann, damit man eben sowas wie Trauermückenlarven im Substrat deutlich dezimieren kann. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Trockenstress und Dehydration bei Pflanzen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch. Bis zum nächsten Teil des Experiments. Ich würde so sagen, in ein bis drei Tagen melde ich mich mit diesem Thema wieder. Bis zum nächsten Mal.